wir wollen uns jetzt ja auch erst mal ein bisschen um daniel kümmern und um seine kräfte und dann denke ich sind wir auch wieder auf uns gestellt weil wir wollen ja weiter reisen deshalb ist es wichtig auch die bindung mit daniel wieder ein bisschen zu festigen okay diese ausdrucksweise hat er wohl von finden gelernt so zuerst das teamgefühl oder trainieren wir auf der anderen seite ich würde sagen teamgefühl wir machen erst mal ein auf team wir sind zwei wölfe schön ja da sieht man doch dass die beiden noch eine gemeinschaft okay dann wollen wir mal rüber latschen also weiß keiner von den anderen was daniel wirklich kann ja dann können wir daniel kannst du da eventuell ja du machst erst deine schuhe zu so wir müssen ihn erst angucken dann können wir ihn trotzdem nicht ohne hilfe bitten hallo normal steht es doch immer da ja das müssen wir ja schon also okay hey also irgendwie ja doch schon auf den weg dahin krass ja aber gerade aus solchen scherzen kann schlimmeres passieren ich weiß ich spiele schon wieder in den moralapostel aber so lustig ist es nun mal alles nicht so wir gehen jetzt erst mal hier hoch nochmal da gucken das heißt keiner kann uns sehen wir können dann mal anfangen zu trainieren richtig können wir hier die baumstämme vielleicht noch ein bisschen hochheben oder so nee können wir nicht hier sind noch pilze ja dann war klar dass das daniel gefällt ich hoffe er kann auch seine kräfte wirklich kontrollieren so viel zum thema das ist schon echt krass was der kleine jetzt kann der hat ja mal eben den halben baum hier gesplittet fangen wir vielleicht mal mit was kleinerem an weil kontrolle trainieren halte ich für sehr wichtig das sieht doch schon mal sehr gut aus der kleine scheint sie wirklich gut zu beherrschen schon wo wo daniel das ist unglaublich komm find was ja das war richtig richtig gut wenn er sich konzentriert aber wir haben ja gesehen dass er halt auch den wenn er sauer ist den sean da weggestoßen hat und dass das dann eben nicht mehr richtig kontrollieren kann aber dafür üben wir ja also nehmen wir erstmal die kleineren pick a rock any rock dann werfen wir mal den zapfen okay jetzt mit zwei zusammen okay jetzt mit zwei zusammen und dann haben wir ja noch mal den hausen es niemanden erzählt müssen trotzdem vorsichtig sein ja da kommt jetzt wieder der moral apostel von sean durch ja ich bin mir nicht so sicher ob der daniel es dem finn nicht erzählt hat weil er mit dem ja doch sehr oft zusammen war deshalb könnten wir auf jeden fall machen es nicht mehr mal nachfragen und hoffen, dass Daniel natürlich ehrlich ist. Wir können jetzt aber auch ihn mal wieder ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber ich glaube, das haben wir schon so oft gemacht. Ich möchte schon wissen, ob er es jemandem erzählt hat. Mal fragen. Ja, ich vertraue ihm schon, aber Chris hat das ja auch da irgendwo erzählt und so und er ist nun mal, ne, er ist halt nur ein Kind irgendwie und ja und Sean war jetzt, hat er selber zugegeben nicht so oft da und naja, aber trotzdem stimmt. Wir sollten ihm eigentlich, sollten wir eigentlich vertrauen. Was stimmt nicht mit dir, finde ich jetzt eine sehr falsche Antwort. Damit provozieren wir ihn ja wieder. Also ich hoffe, er macht das jetzt mal ein bisschen entspannt. Wenn er sagt, entspann dich mal ein wenig. Nicht so. Ja, weil Sean das auch nicht immer sehr feinfühlig ausdrückt. Deshalb macht Daniel da wahrscheinlich ein Drama draus. Ich bin ein schlechter großer Bruder. Finden ist ein schlechter Einfluss. Ne, das sagen wir ihm lieber nicht. Auch wenn ich das selber, ja, nicht direkt finde, aber für Daniel ist es halt, wie soll ich das sagen? Der ist halt noch zu klein, um manche Sachen auseinanderhalten zu können. Und dementsprechend denke ich schon, dass es nicht unbedingt der beste Einfluss ist. Einfach, weil ich Daniel für zu jung dafür halte, was da alles abgeht. Aber das möchte ich ihm wirklich nicht sagen, dann wird er vielleicht noch sauer. Deshalb mache ich das lieber mal auf der großen Bruderschiene. Daniel, am I a bad big brother, cause I hang out with other people? You're always with them. That sucks. Oh, come on, Daniel. Bet you don't even want me around anymore. Don't say that. You know it's always you and me and I know. I mean, never mind. That's it. Enough. You're being a brat. Can't say anything without you having a shit fit. We're family. We still have a long way to go. And we have to go together. Right? I know it sucks. But you have to grow up now. Oha. Oha. Daniel, stop it. Stop it, Daniel. No! I'm not a kid anymore. Uh, und da hat der Daniel ihm ganz klar gezeigt, ich bin kein Kind mehr. Ich kann das alles. Oh, wo das noch enden wird. Ich hab so ein bisschen Angst, dass der Sean den Einfluss auf Daniel verliert. Aber er ist auch immer so ein bisschen so, haaah, ja. I got serious munchies. Any chips left? Dude, you scarfed the whole fucking bag. Have another hit. Yeah, yeah. I packed a fat bone. You're getting tired, babe. You're sending me. I had a long, death to Lake Tux. Wow. You see that shit? It's a fucking UFO. I'm serious, man. Look. They're finally coming to take you back. I'm ready. I'm ready. Tripped on a few words, but y'all are baked, so I'm good. Good job, sis. So beautiful. Damn. Why you ain't rich and famous? I mean, you can't hook us up. Das war cool. Ich liebe deine Stimme. Ja, das haben wir ja schon mal gesagt. Das war wirklich, wirklich gut und schön. Thanks, everyone. Jetzt habe ich es verpasst. Ich nehme Aas, Cash or Grass. Ich finde es gemein. Man kann ja noch nichtmals drüber nachdenken, ab und zu. John, take the puff and pass it to your friend. Und da muss ich aus Überzeugung einfach das nehmen. Nah, I'm good. Daniel. No fucking way. Jeez. I was just joking. Ha ha, you better be. That is all for us. We must sleep. Ah. There go the party animals. What is it? 10 o'clock? No worry, Finn. We'll party like rock stars tomorrow for our last night. Come on, one more round. Sleep tight. Jeez. I swear every time you play that song, Cass. I see my poor black flag. Oh, man. And we nutzen here natürlich wieder die Möglichkeit, it was my dog back in Colorado until last year. Yeah. Something like that. A year ago, we were hopping a train, just me, Finn, and Cass. And black flag. We got caught stealing some shit in some random town. Motherfuckers called the cops on us. Had to run for it. We saw that train from afar and went straight at it. Cops right behind us. We barely made it. But nobody's able to get black flag. Jesus. Yeah, I see him chasing after the train. Yapping at me. But I left him there. That's it. End of story. I hope the cops picked him up. Got him a better home. I think about that damn dog every day. Here's to black flag. Man, I miss Mushroom. That was our rescue dog. She didn't make it with us. Oh, sweetie. Jeez. Sorry, I ruined the mood. Don't worry, Hans. We can do worse. Let's hear everybody's worst memory. Fair and square. Are you serious? Why the fuck not? We all need to say our peace once in a while. Who's up? We're not sure in this command. Cool. Must stop the violins. Check this out. Say hello to my little friend. Jinx. Met him dumpster diving in New Mexico. It was cool. My boy had issues. Mood swings, delirious, self-harm, fun shit like that. He seemed to get better with me. I think I loved him. He gave me this coin. He said he never gave his trust in no one before. We used to come here every now and then, hook up on Cash. But he disappeared a few miles north from here in a pie farm just like this one. He went out one night high as fuck and zoomed. That was the last time I saw him. Now I gotta hold on to this fucking penny just in case. Is that how you got your name? Yup. Oh. He must mean a lot to you. That sucks, brother. Shit like that happens around here. Plus, the guy needed medication. Sure did. I just hope he's okay. Maybe I'll run into his crazy ass someday. Who knows? It's a small world. I'll hand him back the trust that he gave me. All right. Bad vibes indeed. Can we do worse? Uh, Jake? Please? Well, just don't laugh. I guess my worst memory is when I lost my faith. Yeah, you mentioned it. What happened? I used to be a sheep. A true believer. I was raised in Haven Point, Nevada. Small community. We have this amazing reverend. People line up to listen to her. She's intense. But for some reason, things happen to me and I started doubting myself. It kind of escalated. People said I was trouble. I couldn't get the answers I was looking for. Even from my own folks. I know the feeling. I felt so lost. Wasn't sure what to believe anymore. So, I left. I just needed to be alone for a while, you know? Find the truth by myself. I'm still looking for it. Jacob, my son. Maybe we are the truth you were looking for. I'm glad I found you guys. I don't know if I'll ever go back there. Not until I get a signal from God, at least. I hope you can. I bet your family misses you a lot. I miss them, too. Just not the other stuff. You probably did the right thing. I hope you find the space and answers you need. Thank you, Sean. What about you, Cassidy? Your turn. Uh-uh. Pass. I already sang a song. Ha. Figures. What about you, Sean? You obviously don't have to talk about that shit show back in Seattle. Well, but if you have something else. Yeah. I've got a whole bag of these. Don't worry. We're all listening, man. Well, this was a while before we met you guys in that market. We crashed at an abandoned house with our pup, Mushroom. One morning, she got out to pee and disappeared. She had run into a fucking puma. No way. Swear. What the hell happened? I faced it. Like I'm facing you now. Our puppy was dead. There was nothing we could do. We failed her. Poor puppy. Oh, fuck. I'm sorry, boys. That's awful. Laws of nature. But that still sucks. Cougars are beautiful creatures, but they're super scary. I was so afraid it would hurt Daniel, too. I bet. A kid wouldn't stand a chance against one of these. Yeah. Life is a bitch. We can only go with the flow. Oh, like a river. Yeah, that's why I'm not dragging around any bad memories. Come on. Bull fucking shit, man. Oh, you started this shit, bitch. Don't punk out now. Listen, smartasses. I'm just saying you can't change the past. So you just got to focus on what's next. Memories are just lessons for the future. The future, huh? What's your big plan, prophet? Wanna know what my plan is? Picture this. A kick-ass beach house in Costa Rica. Sunshine. Feet in the sand. Sweet ocean view. We'd be one big, fucked up, happy, dysfunctional family. We'd just chill and sing and drink cocktails out of coconuts. Only thing we need is a little cash along the way. And then, boom. Jesus fucking Christ. That's your dream? Beach house and coconuts? Oh, uh, too boring for you? This sounds like my folks' retirement plan to Florida. I don't need anything else than what we already have. Sure, we're working our asses right now, but we can beat it if we want. I'm not gonna settle down. No way. And that's how shit starts, you know? When you start having things of your own, things you have to defend. Property. Land. Family. What do you think you're missing out on now? Um, coconut cocktails? Well, agree to disagree, fucker. Man, I'm too high for your shit. It's time to crash. And penny goes down. Peace out, brother. Night-night. Looks like we still have some booze left. Who's in? Oh, twist my arm. Uh, teeny tiny drink. And we need to talk about Sean's hippie hair. Boy needs a real haircut. Oh, hell, yes he does. Haha, now it's your turn to get a trim. Karma. Uh, I'll call it a day too. Night everyone. Hey. I'm wiped out. Are you ready for bed yet? Yeah, my dear, I wanted to talk to you in this really, really, yeah, atmosphere, I just wanted to talk to you in the whole time. Weil das waren doch sehr wichtige Themen und, äh, ja, über schlechte Erinnerungen reden und wir wurden ja auch nochmal jetzt an Trüffel erinnert und so. Das war ja wirklich eine sehr, sehr bittere Erfahrung, die die beiden da machen mussten. Aber auch die Erzählungen von den anderen waren jetzt nicht gerade Pappenstiel und, äh, ja, ich finde es schön, dass sie, dass sie in der Runde in ihrer Familie quasi, ähm, so darüber reden können. Ähm, außer Cassidy natürlich, aber nun gut. Äh, jeder hat sich da in irgendeiner Weise auf seine Art und Weise halt, ähm, ja, präsentiert und auch geöffnet. Und das fand ich sehr schön. So, aber jetzt würde ich sagen, meine Lieben, ähm, haben wir eine schwierige Entscheidung mal wieder vor uns. Ähm, wir haben ja mitbekommen, dass wir, dass der Daniel, ähm, ja, uns vorwirft, dass wir immer nur mit den anderen zusammen sind. Und wir möchten ja mit den anderen zusammen sein. Und hier ist gerade mal die Entscheidung, gehen wir zusammen mit Daniel schlafen oder lassen wir uns die Haare schneiden und sind noch ein bisschen mit den anderen zusammen. Und verletzen Daniel dadurch natürlich wieder. Oder möchten wir halt unseres durchsetzen, unser Verlangen und, äh, weiter mit den anderen zusammenbleiben. Das ist eine wirklich, wirklich schwierige Entscheidung, finde ich. Das ist eine wirklich, wirklich schwierige Entscheidung.